Servus Freunde des schlechten Geschmacks und herzeigten Unterhaltung und Willkommen zurück zu South Park zu Freight-Charton-Bad-Hole. Auf den Weg zu Professor Chaos, der offensichtlich Probleme an der Bank hat. Oh, jetzt kommt glaube ich das, was ich vermisst habe. Ich hoffe es. Wunderasch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig. Ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investment-Firma verpfändet. Und futsch! Äh, futsch? Das Haus ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Was? Äh, aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus, will ihr Freund mal? Ja, spiel du neuer Lirum-Larum-Löffelstiel. Wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du! Teste dein Glück und dreh am Rad. Erhalte Boni, um Geld zu verdienen und eine ökonomische Klasse aufzusteigen, ohne Bankrott zu gehen. Äh, ok. Rad drehen, Bonus benutzen. Steuerzahler-Rettungsschirmen habe ich nicht. Ich habe auch keinen Bonus, ich kann nur am Rad drehen. Äh, RB-Spielregeln. Äh, Investition, Bonusbelohnung, Technologie, ok. Ich bin armer. Teste dein Glück und dreh am Rad. Erhalte Boni, um Geld zu verdienen und... ok. Dann, äh, ich dreh mal. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Bankrott wird zu Gold, nur für diesen Spin. Wo ist denn Bankrott? Was ist denn Bankrott? Wo sehe ich das? Ach, das blöde Schwein, ne? Bankrott wird zu Gold. Benutzen wir mal. Vorsicht, haben wir vier von. Geil. Halte das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Cool. Geil. Immun gegen den nächsten Bankrott. Okay, das klingt gut. Oh, jetzt sind schon drei Bankrottfelder. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt nicht bankrott, wenn ich drehe. Keine Elite! Keine Elite! Wir können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Schäck. Cool. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bringen wir das zu meinen Lakaien. Kann ich nochmal? Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Und ich habe kein Geld. Denk an die Zukunft, Sportsfreund. Keiner weiß, wann die Furzblase platzt. Wie wäre ich denn jetzt stinkreich? Hey, hey, ich brauche Geld. Hallo. Oh, guck mal, da steht jetzt eine andere. Kann, kann, kann mir irgendwie Geld geben? Mit stinkreichen Leuten. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Rücken stärkst. Aber so kann ich hier nicht viel machen, ne? Ähm, kann ich? Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Ich bin... Wie viel Geld habe ich denn? Äh, Inventar. 100 Dollar. Ich habe doch gerade einen Scheck gewonnen für 80.000. Denk an die Zukunft, Sportsfreund. Keiner weiß, wann die Furzblase platzt. Ja, ich will nochmal am Rad drehen. Oder so. Gib mir Geld. Pathos! Sind Sie, die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben? Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere... Sie klauen unsere Jobs! Von alleine! Moment! Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahn und ihrer Sexualität und so! Nein, das sind die anderen Hilfen! Wir wollen nur unsere Jobs zurück! Oh! Dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung! Ne? Okay. Wieder gegen die Hilbelis. Von mir aus. Äh, Tweak. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht doof. Chaos bleibt. Äh, ich nehme ihn hier lieber. Weil wir einen Heiler brauchen. Wir haben nicht sonst kein. Nur 4. Und Jungs! Zeigen wir ihnen ein paar amerikanische Lakaien! Apropos Lakaien! Ah! Um Lakaien zu beschwören, den Winubi drückt. Geil! Wie viele? Immer nur einer? Chao! Jo! Jo! Der Junge lebt mir am Arsch. Kann der direkt auf die Fresse schlagen. Der macht ja nicht viel Schaden. Der macht ja nicht viel Damage. So, mit der B mache ich die beiden. Und wenn ich hier B drücke, mache ich die beiden oder die beiden. Das ist aber doof. Wenn ich hier B drücke, die stehen alle ein bisschen ungünstig. Die zwei oder die zwei? Er ist als nächstes dran. Der macht ja so. Zack. So, jetzt ist er dran. Er darf aber erstmal Pause machen. Ja, jetzt geht es hier richtig rund im Müll. Ungesunden den Fingerspund. Dann haben wir mich hierhin still. Zack, sind die wollen mich weg. Tschüss. Ein voriges ist aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Auto! 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 Wollt ihr überfahren werden, oder was? No, von dir nicht. Okay. Amerika wurde von Amerikanern, nicht von La Cain erschaffen. Mikroaggression! Schlag ihn! Jetzt kriegst du auf die Fresse, Kollege. Baaah! In dein Gesicht neu. Was hat der denn vor? Was war das denn? Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch! Wieso wirst du nicht in deinem Land, Lakai? Ja, das muss ja nicht so sein, ne? So, Senior Tulchetti. Tulchetti hat er da nicht, kann da auch nicht, er kann gar nicht. Obwohl doch kann er hier, äh, so. Ich sag nicht allzu viel, aber... Zumindest ein bisschen was. So, dann stellen wir ihn mal hierhin, dann kann er erstmal hierhin hinbauen. Nach guten Schaden. Nope. Ihr seid verloren! Und Chaos. Chaos kann... ...den jetzt schocken. Der hinten steht aber immer noch das Dumme in der Gegend rum. Ist egal. Wir können ihn wieder aufbauen. Wir haben die Tupper-Technologie. Wir machen ihn zum 600-Dollar-Hamster. Und was? Äh, okay, der... ...kann nicht, weil wir doof stehen. Los, unterhalb! So, jetzt komm ich hier. Jetzt komm ich, Freunde. Jetzt ist hier mal so richtig heftig Achterbahn. Ähm, der wäre als nächstes dran, ne? Wie... ...und jetzt nicht mehr? Der kann dann erst mal aufsetzen. Und dann machen wir mal dem ganzen ein Ende. War welcher leckender Kampf, aber ist okay. Chaos auch nur Probleme mit dem Mann. jungen Mann, Mann, Junge. Tschüss. Schau. Alter, 600 fucking 70 Schaden, Junge. Hörner der Erwärmlichkeit brauchen wir auch nicht. Charakterbogen, okay. Müssen wir nicht mal bald alle Charakterblüten haben? Mann, ich hab echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Laka-Krein-Shops für die hab. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wär doch cool, tschüss. Okay. Kann ich jetzt irgendwie Geld verdienen? Was heißt denn bei dem eigentlich stinkreich? Ich meine, ich hab ja gerade einen Scheck gewohnt für 80.000. Du brauchst noch mehr vom süßen Kapitalismus. Wacken wir es an. Gerne, jetzt verlieh ich wahrscheinlich, ne? Muss ich irgendwas einsetzen? Ne, ne? Ich dreh erstmal. Dreh sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Auf Gold gestoßen. Gold for Cash. Aha, Bankrott wird zu Gold. Das ist nur das eine, aber wir können es trotzdem einsetzen. Ja, benutzt den Bonus. Zur Sicherheit. Ich weiß nicht, ob das immer gleich abläuft. Und Tech-Aktien. Insider-Trading-Bonus. Okay. Ja. Zeit für Insider-Geschäfte und Immobilien. Steuerzahler-Rettungsschirm-Bonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Mhm. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, es läuft genau so ab wie beim letzten Mal. Geil, jetzt bin ich unter Schichtler. Äh, super reich. Obere 10.000. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Hier ist auch kein Bankrott. Lohnsklave. Tausch Bankrott gegen Geld plus. Umgekehrt. Tausch Bankrott gegen Geld plus. Umgekehrt. Was heißt das? Leerverkauf. Tausch Bankrott gegen Geld plus. Was? Nein! Nein! Fuck you! Was war denn das für ne Scheiße? Toll! Ja, wenn das nicht Bankrott ist, dann gerne. Ja, wenn das nicht Bankrott ist, dann gerne. Ja, benutzt den Bonus! Ah! Okay, dann wollte ich zumindest was... Oh, geil! Sehr gut! Weitermachen. Sie dreht sich, wo sie stoppt. Das war jetzt nur ein Zufallsgenerator. Boah, das war gerade aber mega scheiße. Und bingo! Kreditausfallversicherung. Damit hast du den Bankmanipulationsbonus verdient. Damit hast du den Bankmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Okay. Zum anhalten drücken. Keine Whemmys. Ja, benutzt den Bonus. Soja-Terminwaren. Dreifach Auszahlungsmultiplikator. Und jetzt gehe ich wahrscheinlich wieder pleite. Ja, benutzt den Bonus. Ich hoffe nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Komm, komm. Ja. Geil. Lohnsklaven. Weitermachen. Okay, jetzt läuft. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das war jetzt nur ein Zufallsgenerator. Wir wollen natürlich irgendwo auf einen grünen Zweig kommen, ne? Immun gegen den nächsten Bankrott. Sehr geil. Und dann dreh mal. Immun gegen den nächsten Bankrott hätte ich gerne öfters. Sehr gut. Äh, hart anhalten. Das ist auch sehr gut. Zeit für Insidergeschäfte. Und Tech-Aktien. Sehr geil. Fähigkeiten anhalten. Haben wir noch Tech-Aktien? Nein. Ähm. Da unten haben wir noch ein bisschen was Blaues. Boah, das war knapp. Das war knapp. Tausch Bankrott gegen Geld Plus. Äh. Ja, nee. Ist Quatsch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das muss ich jetzt leider so riskieren, weil dieser Bonus ist echt scheiße. Oh, Gott sei Dank. So. Zack. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Es läuft. Also wir müssen immer irgendwie auf Tech-Aktien. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Ich dachte gerade schon Bankrott. Geil. So, wir sind jetzt im Durchschnitt. Das ist sehr gut. Äh. Also Immobilien müssen wir kommen oder Technologie auf jeden Fall oder Marktmanipulation. Also Ausfall, also den Dollar, Technologie oder Immobilien. Sie dreht sich, wo sie stattfindet. Das war jetzt nur ein Zufallsgenerator. Und Tech-Aktien. Für den Sinnvollen Bonus halt, ne? So, dann müssen wir als nächstes am besten mal Immobilien nehmen. Ja, benutzt den Bonus. Und Immobilien. Zack. Dann sind wir nämlich erstmal sicher. Mal drehen. Jetzt müssen wir auf das Dollar-Ding kommen. Bingo. Für die Ausfallversicherung. Ja, siehste. So, dann am besten noch mal Immobilien, ne? Ein Bonus im Spiel. Ja, gut. Dann nehmen wir Technologie. Dann können wir das Rad auch noch mal anhalten. Äh. Immobilie oder Dollar? Ein Bonus im Spiel. Neuin! Oh. Verdammt. Einmal zu früh gedrückt. Scheiße. Fuck. 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 Das war zu schnell. Oh. Glück gehabt. Glück gehabt. Sie dreht sich, wo sie stoppt. Das weiß nur ein Zufallsgenerator. Hm. Und Immobilien. Boah, das bleibt zum Glück bestehen. So, komm. Technologie. Technologie oder das Dollarzeichen. Das Grüne. Das Rad sagt Indexfonds. Naja. Oh Gott. Ne. Das ist mega scheiße. Das ist mega scheiße. Wenn wir natürlich mehr Bankrott-Symbol auf dem Feld haben, als irgendwas anderes. Da lohnt sich das, ne? Also die Felder, die wir hatten. Bankrott wird zu Gold. Lassen wir mal noch drinnen. Soja-Terminwaren. Hm. Dreifach Auszahlungsmultiplikator. Ne. Dann nehmen wir den. Und dann machen wir jetzt den Goldcash. Oh. Gold for cash. Mach den Bankrott zu Gold. Hm. Auf Gold gestoßen. Ja, benutzt den Bonus. Hm. Wir benutzen den Bonus. Wie sau. Ach, das wirkt aber nur einmal, ne? Sehr gut. Dann sind wir schon mal immun. Das wird aber immer schwieriger. Und Tech-Aktien. Sehr gut. Wir haben es auch gleich. Zeiger. 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 Boah. Boah. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Jawollo. Es läuft. Wir sind schon mal reich jetzt. Puh. Äh. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Dass wir reich sind. Wir sind... Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wobei, mit reichen müsste es eigentlich reichen, ne? Also für reiche müsste es reichen. Wir beenden mal. Ich mach nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Oh, okay. Wir müssen stinkreich sein. Wie viel... Wie viel reich sind wir denn jetzt? 104. Okay. Ach so. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch bei reich. Okay. Dann, äh... Dreh das Rad. Das ist gut. Können wir selber anhalten. Machen wir auch gleich. Äh... Immobilie am besten. Ah, verdammt. Drei-fach Auszahlungsmultiplikator. Ja, nirgends. Ein Bonus im Spiel. Mit Pech haben gehen wir jetzt gleich bankrott. Auf Gold gestoßen. Puh. Glück gehabt. Vierfach. Bankrott wird zu Gold. Machen wir. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Auf Gold gestoßen. Nochmal. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Auf Gold gestoßen. Nochmal. Geil. Von mir aus. So gehen wir zumindest erstmal nicht bankrott. Bis wir auf eine Immobilie stoßen. Oh, geil. Das ist auch gut. Los geht's. Marktmanipulation. Nein. Aber jetzt bist du wieder unten. Ah. Fick dich. Sie dreht sich. Stopp. Das war nur ein Zufallsgenerator. Soja Termin war. Ah. Ah. Knapp. Eine halbe Sekunde zu spät gedrückt. War zu viel bankrott drauf. Und Tech-Aktien. Scheiße. Zeit für Insidergeschäfte. Das Rad sagt Indexfonds. Tausch Bankrott gegen Gold Plus. Ja toll. Brauche ich nicht. Mist. Jetzt habe ich gerade blind gedrückt. Das war dumm. Und jetzt ist... Auf Gold gestoßen. Fast Feierabend. Ah. Hier Gold Cash. Zack. Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Hm. Nee. Scheiße. Dass man immer gleich eine ganze Stufe dann abfällt. Ne. Ist wohl Kacke. Aber wir versuchen dann noch. Wir machen noch weiter. Die Runden werden ja nicht schwerer irgendwie. Das ist halt nur... Äh. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. Also die Runden... Man muss nur ein bisschen mehr Kohle rein kriegen eigentlich. Ne. Auf Gold gestoßen. Sehr gut. Ein Bonus im Skill. Auch gleich. Tech-Aktien sind halt ne Menge wert. Das Rad sagt Indexfonds. Äh. Ja. Tech-Aktien und Ausfallversicherung. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt stürzen wir wahrscheinlich gleich wieder ab. Und Immobilien. Vermute ich mal. Bei unserem Glück auf jeden Fall. Oder bei meinem Glück besser gesagt. Ist ja nicht euer Glück. Ist ja mein Glück. Und Immobilien. Boah. Alter. Weißt du Bescheid. Da weißt du Bescheid. So jetzt sind wir aber wahrscheinlich fällig. Ich behalte mir den Bonus noch auf. Zur Sicherheit. Boah. Kredit-Ausfallversicherung. Geil. Zum anhalten drücken. Hm. Nebe-Markt-Manipulation lieber. Oh. Moment. Ich krieg gar nen Anruf. Frau schleicht. Also klopft an und schleicht dann hier durch. Ich dokumentiere das mal. Sie wohnt grad den Kindersitz. Mama will Kuchen machen. Mama will Kuchen machen. Sagt sie. Ich hab dir bestimmt auch gehört. Tschüss Mama. So. Und wir verdienen jetzt weiter dicke Kohle. Hoffe ich. Okay. Wir müssen nur richtig treffen. Dann ist alles okay. Los geht's. Marktmanipulation. Nein. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Mann. Da drückst du ne halbe Sekunde zu spät. Fick dich doch Spiel. Fick dich einfach. Ich treff einfach nicht. Verdammt. Boah. Nochmal. Leck mir am Arsch. Nein. Nein. Das. Ah. Merf. Wir waren doch so kurz davor. Wie kann das denn sein. Alter. Das ist doch Betrug. Die betrügen mich hier doch. Die Penner. Die betrügen mich doch einfach. Boah. Ist das mies. Und Immobilien. Ist das mies. Alter. Die betrügen mich doch hart. Oh. Ich treff den nie. Alter. Warum nicht. In dem Moment wo ich drücke springt das Ding schon um. Das kann doch gar nicht. Ein Bonus im Spiel. So. So. Benutzen wir gleich mal. Dreifache Auszahlung. Wenn wir bankrott gehen. Noch sind wir immun. Auf Gold gestoßen. Boah. Ernsthaft. Oh. Gold for Cash. Mach den Gold zu Gold. Gold for Cash ist natürlich auch super. Aber wenn du dann wieder auf Gold stößt hast du natürlich. Direkt gewonnen ne. Ja. Boah. Alter süße. Puh. Pura Nervenkitzel hier. Den brauche ich nicht benutzen. Und jetzt wahrscheinlich zack bankrott. Boah. Glück gehabt. Gold for Cash behalten wir. Machen den gleich da rein. Auf Gold gestoßen. Ja. Sehr geil. Können wir gleich nochmal benutzen eigentlich. Gold for Cash. Mach den bankrott zu Gold. Und Immobilien. Ach. Gut. Jetzt sind wir schon mal einmal safe. So. Bitte komm. Technologie alter. Technologie. Soja Termin sagen. Ja. Gut. Dreifache Auszahlung. Geht auch. Und jetzt Technologie alter. Boah. Wenn wir jetzt Technologie knacken. Dann sind wir glaube ich durch ne. 131.000 brauchen wir. Jawohl. War zwar nicht Techno. Aber ist okay. Boah. Endlich ne Stufe weiter. Ja. Leck mich am Arsch. Sie dreht sich. Wo sie stoppt. Das weiß nur ein Zufallsgenerator. Aber richtig fettzaster. Und Immobilien. Ich glaub schwieriger wird's. Fall du halt äh. Mehr Kohle machen musst ne. Oder steigt das. Ach ne da steigt auch. Guck mal. 420.000. Boah. Ich mach jetzt 2,2 Millionen. Pure Nervenkitzel. Sehr gut. Und Rad anhalten. Ähm. Immobilio oder Tech-Aktie am besten. Zeit für Insidergeschäfte. Und Bingo. Ausfallversicherung gilt auch. Los geht's. Marktmanipulation. Jetzt treff ich bestimmt wieder Scheiße. Soja Termin war. Na. Dreifach Auszahlung. Muss ich nehmen. Boah. Das Ding dreht sich irgendwie immer schneller. Kann das sein. Und jetzt Bankrott. Ja. Wusste ich. Scheiße. Na. Und jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch. Wir müssen jetzt am Arsch sein. Ich sag's doch. Ich hab's dir gesagt. Jetzt sind wir hart am Arsch. Ja. Richtig ekelhaft. Es nervt. Es nervt. Es nervt. Es nervt. Indexfonds. Ja. Brauch ich nicht benutzen. Das Ding ist. Es ist sinnvoll wenn wir nachher zu viel. Und Bingo. Kreditausfallversicherung. Mhm. Los geht's. Marktmanipulation. Und Tech-Aktien. Sehr gut. Ein Bonus im Spiel. Und Immobilien. Sehr gut. Und jetzt Gold. Soja Termin waren. Mhm. Okay. Dann nehmen wir den dreifachen. Und jetzt gehen wir bankrott. Ah doch nicht. Puh. Glück gehabt. So. Dann haben wir die schon mal. So. Wir müssen nur noch eine einzige Stufe schaffen. Das hier ist die letzte. Sie dreht sich. Die müssen wir hinkriegen. Das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Naja. Das Ding brauchen wir aber nicht. Puh. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Soja Termin waren. Ein Bonus im Spiel. Ach komm schon Alter. Komm schon. Komm schon. Und Tech-Aktien. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir nochmal auf Tech-Aktien kommen. Alter. Dann haben wir es schon fast. Ein Bonus im Spiel. Soja Termin waren. Mist. Okay. Jetzt sind wir gefickt. Wenn wir jetzt einen Bankrott treffen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein, 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 oh ja, ja, super reich, ja, wir beenden erstmal, oh geil, hab ich sogar unnütz für gekriegt, Leck mich am Arsch, ey, geiler Scheiß, so, jetzt haben wir Benni, was mich aber stört ist, wir haben davon nix, ne, wir kriegen da kein Geld für, wir sind immer noch bei 104 Dollar, Wohin kann ich da jetzt noch gehen, ich bin schon super reich, nächste Stufe war 5 Millionen, auch nochmal super reich, Also, wir bleiben bei super reich, müssen aber 5,2 Millionen machen, hat das irgendeinen speziellen Sinn jetzt hier, außer dass man wieder abstürzen kann, Ich lasse das mal so, wir sind ja schon super reich, wir haben da zwar nichts von, aber wir sind es, weil wir kein Geld von unserem Konto abheben können, Ja, was haben wir denn jetzt noch? Ja, nur Karten ins Haus, okay, dann reise ich da jetzt hin, Hm, wir sind super reich, aber sehen davon kein Cent, wie mir scheint, Mein Lakaian und ich kämpfen jederzeit an deiner Seite, Wunderarsch, geil, Vielen Dank, Professor Skikowski, Das war sehr anstrengend, warte, Da war nix drin, okay, Äh, Kartmens aus, ist ihr, und dann würde ich sagen, Warten wir jetzt mal ab, ob wir gleich wieder einen Anruf rein kriegen, Bitte schön, Danke, Okay, bis jetzt nicht, dann würde ich sagen, bevor da jetzt noch einer kommt, Und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Habeisein bei South Park, the Fractured But Whole, Und bis zur nächsten Folge, Ich bin der Mechaniker und ich bin raus, Tschüss!